Doch bin mein Weg gegangen, rock your steak, heute elegant, kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant, Real G, deine Meinung, nicht in der Wand. Lauf durch die Bank, mit den Rags in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Ich muss noch rein, das kostenlos. Guten Morgen. Heute ist Tag 3, Frühstück, Training, Training. Na Prinz, große Stadt, Baby Girl, ruf ich an den Schuh des Schaub. Wir gehen zum Training, da ist unser Mannschafts-Bus. Heute Nachmittag gehen wir ins Schwimmbad und werden da lecker, nee, nein, wir werden da chillen. Vorsicht, Rutsch, genau. Ich kann einfach seit zwei Tagen keine Instagram-DMs verschicken. Cello, ich möchte versen, coolen, Kollegen, den Austausch mit mir nicht verwehren, smart. Ich habe mein Körbchen dabei, Handtücher sind drin. Wir gehen ins Schwimmbad, da machen wir ein Beachvolleyball-Turnier und sicher auch noch andere Sachen. Genau jetzt landet ihr im Schwimmbad. Super. Ja, nee. Was machst du schon wieder hier? Ja, super, im Fernsehen, super. Mach mal ein Foto von mir. Wie würdest du ein Foto machen? Also angenommen, das wäre dein Foto. Wie stehst du schon wieder hier rum, Thalia? Wie stehst du hier rum? Was passt dir nicht? Red mit mir, Abel. Wir fehlen doch Spieler. Wir spielen jetzt zwei Kontakte, Verlierer und Schlipser. Kennt jeder. Kussi. Hey, hey, hey. Ja, Schlipfer, ne? Wir spielen. Eppa, du blanchierst. Tschüss. Hey, hey, hey. Wow. Woller, Bruder. Ich spreche mich das nächste Mal so mehr an, okay? Ich finde, du musst mehr hier beziehen. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Oh, dumme, dumme, du. Ha 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 ha. Ha ha ha. Videobeweis? Jetzt wird gecheckt. Jetzt kommt der Video Assistant, Trevor B. Bro, der hat den gar nicht versucht. Ich weiß noch, Baru hat hier fast auf Holzbares gewohnt beim Alha. Auf Holz klopfen, ne? Eins, zwei, drei. Macht man das. Ich um mein Holz, ich um mein Holz. Was ist das? Was ist das? Komm, was geht's, Bruder? Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Guck, jetzt kommt nicht. Ich gebe mir diese Klatsche auf den Paden. Wohle, du zuhören? Hör zu, wenn du mir das klatschst. Lass deinen Kopf gerade. Tamam. Oh. Mach nicht so. Warte, 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 warte. Ich darf eigentlich gar nicht. Ich habe nicht mal mitgemacht. Steph! Steph gerade in eine Biene gestiegen. Undankbar. Kleine Anekdote. Höge hat uns mal ein geisteskrankes Kompliment gemacht. Höge, wo hast du überall gespielt? Schalke? Köln? Aachen. Aachen, Schalke, Köln. Okay. Und jetzt Mannheim, ne? Und dann haben wir immer so gefragt, ey, was war dein Lieblingsteam? Oder sind wir einer deiner Lieblingsteams? Die Antwort war unter den Top 3. Danke. Top. Top, danke. Wirklich. Jungs, es gibt nur eine Ablenkung im Trainingslager. Nicht die Füße, sondern Wizard, ne? Scheiße. Wieder erster Platz, auch wieder schlecht. Ich habe in den Kommentaren... Guck dabei. Warte mal, warte mal. Ich habe hier so viele Kommentare gelesen wegen Wizard. Jungs, meldet euch. Ich gebe euch gratis Nachhilfestunden. Ich meine, das ist so verrückt ernst. Also heute, 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 heute Abend findet bei Waldhof Mannheim ein FIFA-Turnier statt. Einsatz, 10 Euro, Gruppen werden ausgelöst, Teams werden ausgelöst und der Beste soll am Ende gewinnen. Ich möchte mich nicht im Vordergrund spielen, aber ich habe irgendwas. Viel, viel Glück. Toi, toi, toi. Dommel, du fängst mit dem Ganzen an. Gruppe 1. Jeder macht sich gar in den Kopf. Hör mal auf. Gib mir was. Gib Liverpool. Barca. Besser als davor. Nein. Bendele. Wie hast du vorzunehmen? Bendele. Gibst du das? Das sind die Teams, das sind die Gruppen. Vielleicht kriegen wir so eine kleine und coole Einblendung hier rein. Das Turnier startet jetzt, der Einsatz von jedem 10 Euro. Der Erste gewinnt am meisten, der Zweite kriegt auch was und der Dritte kriegt seinen Einsatz zurück. Perfekt. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gruppe 2. Erstes Spiel. Martinovic gegen Jule. Jule, verrückter Crack. Dommel, der Alltagsspieler. Gruppe 1. Spiel Dortmund gegen Manu. Tim gegen Baro. 30. Bravo, Luca! Ey, Mann! Mach ihn! Mach ihn! Mach ihn! Mach ihn! Ja! Ja! War gut! Geil! Unentschieden! Wichtig für mich, Gerry. Letzter muss rein, ne? Ich glaube, man sieht, wie viele Emotionen bei diesem FIFA-Tunnel dabei sind. Oh, jetzt gehen wir zum nächsten Spiel. Hallo! Bravo, Luca! Ich bin wieder da, Jungs. Ich habe an mich geglaubt. Ja, der Lock. Bayern gegen Real. Bayern ist so so verbunden bei dir. So ist es ja nicht. So ist es nämlich, Julian. Leute, Steph ist raus. Steph hat die Gruppe quasi nicht geschafft, Mann. Leute, er hat es nicht geschafft. Ich sage dir offen und ehrlich, ich werde heute schlecht schlafen. Tut mir leid. In diesem Sinne herzlich willkommen zum neuen Tag. Guten Morgen. Heute ist das Wetter tatsächlich nicht so cool. Aber das ist der erste Tag im Trainingslager, wo nicht die Sonne scheint. Beziehungsweise noch nicht die Sonne scheint. Wir haben ja noch ein bisschen. Wir haben jetzt das erste Training. Ich bin sehr glücklich. Und ich freue mich auf eine gute Passion im Training und auch heute. Also vielen Dank. Für alle Leute, heute geht das FIFA-Turnier weiter. Martinovic gegen Sommer im Viertelfinale. Schwer. Sehr schwer. Sehr, sehr, sehr schwer. Ja. Haben wir meinen Real Madridischen draußen, Mann. Ich streue mal ein Gerücht. Nach oben. Irgendein Spieler. Wir hatten Training, Mittagessen. Ich hatte gerade auch noch Behandlungen. Damit ihr... Okay. Damit ihr wisst, was jetzt abgeht. Wir gehen jetzt mit ein paar Mannschaftskollegen, beziehungsweise ich und ein paar Jungs gehen jetzt Golf spielen. Die anderen sind zum Beispiel in Straßburg. Als andere Option wäre auch gewesen, dass wir in den Europa-Park gehen. Aber ich glaube, das lohnt sich nicht, weil uns wurde gesagt, die Wartezeit ist unglaublich lang. Und noch ein kleiner Fun-Fact. Ich kann zum Beispiel nie Aufnahmen im Training machen, beziehungsweise vom Training, weil ich trainiere und da ist der Fußball im Vordergrund. Und deswegen seht ihr halt immer das, was wir in der Freizeit machen, beziehungsweise wenn wir überhaupt frei haben. Und in diesem Sinne, wir sehen uns auf dem Golfplatz. Tiger Woods. Hier bin ich. Und jetzt spiele ich ein 9er Loch oder ein Tier 1. Also Rossi mit einer Cola, dumme mit einem Lele. Mit einem Lelechen. Schnatti, 1 bis 10, wie würdest du deine Golf-Skills bewerten? Also in unserer Gruppe 10 bis 7. Ehrlich? Also ich sage, Cello ist der Beste, dann Schnatti und euch zwei. Ich bin bei Null. Ich schaue mir das Ganze mal an. Es regnet, wir können nicht golfen, Höger auch wieder was zu meckern. Ja, mecker einfach. Einfach immer Handy, ne? Nee, mecker einfach. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Also Mittagspause, wie gesagt. Ich esse Trüffelnudeln. Dann gibt es hier noch Wiener Schnitzel. Ja, auch. Und Marco Höger wieder mit... Ja? Ja, nee. Mit Ketchup. Super. Salzitscher. Salzitscher. Einfach Bambi. Hä, wie cool. Wo ist Bambi? Guck mal Bambi. Halbtilale FIFA-Turnier. Meine Wenigkeit ist auch dabei. Baris ist dabei. Gary ist dabei. Und Riede. Das sind die vier... Vier... Uwe. Das sind die vier Halbfinalisten. Und die werden wir jetzt auslosen. Viel Glück. Ich fange an. Ich schläg dir jetzt blind hin und zieh einen. Mach das mal. Dein Gegner? Ja, das weiß ich ja nicht. Okay. Das ist der erste. Wir haben... Terry... Wo? Against... 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 Bitte... Billy. Ja! Billy! Komm! Hey! Nimmau! Fehler, Fehler! Ja! Ja, nix. Du schwitzt, oder? Das ist gut. Nein! Bruder! Wallah! Wie geht's dir super? Ich will sogar verlieren für Poker, Habibi. Glaube ich nicht! Oh mein Gott! Er kommt in den zwei... Bruder, ich hatte den... Ja! Film du und dann! Ich mach's doch, du Junge. Ah! B-Ai-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Dann geht es zu geil! Komm ich gerade ein! Hey hey, mach mich wieder dran, dann darf ich ein. Wir treuern. Wir treuern. Was ist denn das für eine Scheiße, Alter? Du musst auch nicht sprechen, ich bin zu schwarz. Nein, du machst alles richtig. Lass dir jetzt nicht klein reden. Ja, ständiger Druck und jetzt 4 Minuten... Hey, hey, ja, tress mich noch, wenn du einfach den Start drückst. Hey, bist du dein Ernst? Was mache ich denn? Darf ich den Traum? Du musst das an... Du stehst, soll ich mich raus? Ja! Ja, hat er auch gemacht? Oh mein Gott! Mit zweierlei Maß, ne? Was ist denn so ein Tor? Du hast den Ball, ja! Weg! Er guckt jetzt den Spiegel auf. Auf Gesicht noch gar nicht. Ey, Glückwunsch. Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch. Der ist über Waschbecken und überlegt einfach gerade über sein Leben nach. Bruder, das ist FIFA-Barro. Die zwei Finalisten, den Gewinner seht ihr nach dem Spiel. Taktikbesprechung nochmal, ne? Für Platz drei und vier hier hinten. Auf dem Platz, ja. Na, ey. Nachschieß, ne? Glückwunsch. Ja, nee, brauchst du auch nicht freuen. Du bist der Beste, Gary. Auch gut gespielt. Finale, ernst. Ernst, ernst. Ich kipp dein Herz. Weißt du, ich geh mit 30er Plus raus. Ja, ernst, du hast gut gespielt. Ernst, du hast gut gespielt. Ernst, gut gespielt. Kriegst du auch. Gerne. Ja, deine wunderschönen... Guten Morgen. Ich bin vor zwei Minuten nur aufgestanden. Ah, hier klingelt auch der Wecker. Nee, heute ist ein super Tag, ey. Nee, super. Ich fühl mich top, ne? Ernst, heute ist super. Aber dafür siehst du blenden aus, Freddy. Also, ich geh jetzt frühstücken. Danach haben wir Training. Und dann ist es soweit. Wir fahren wieder nach Hause. Wow, ich freu mich so, weil ich einfach ein Heimscheißer bin. In diesem Sinne, vielleicht kann ich euch mal zeigen, was wir bei Frühstück... So machen. Cool, 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 cool. Einmal. Nein. Einmal. Komm schon, Freddy. Für mich. Ich stimme an. Mh. Mh, mh. Mh, mh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Mh, mh. Ja. Und da ist doch der Justin Bieber aus Monheim. Ja, 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 jetzt muss sie tun, weinen. Oh, oh, oh. Mmm, mm. Oh, 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 oh. acquiring姿 importantly. Das war's für heute. So, in diesem Sinne, das war der Vlog im Trainingslager. Ich hoffe, ihr hattet coole Einblicke. Ich hoffe, ihr habt meine Jungs kennengelernt, meine Mitspieler, alle super Typen. Checkt ihr auch gerne ab. In diesem Sinne sage ich danke für die Aufmerksamkeit. Danke für den unglaublichsten Support. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Und wenn ihr noch was Gutes machen wollt an dem Tag, lasst ein Like da, einen Kommentar und abonniert diesen Kanal. Und ich würde sagen, es geht eins, eins, zwei, 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 zwei.